Hier seht ihr die Einfahrt IC 206 von, keine Ahnung, sag ich nicht, kann ich nachher nicht schreiben. Hier, sogar noch eine alte Bundesbahn, oh guck, Alter, Lulia, schön Rheingold, puh, da fährt sie. Ja geil Leute, ich hab meine zweite, werbelung eingefangen, ich muss jetzt nicht hoch werden, und, one, did it, dude. Leute, da fährt sie die Rheingold, nun fährt sie weiter nach Dortmund, ich denke, sie wird dann im Werk Dortmund stehen bleiben. Zugbegleiterabteil Und einmal Fum 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 Fum